Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Francesco und wir gucken uns heute mal ein paar verlassene Orte an. Ich glaube es sind drei die dieses Wochenende auf meiner Liste stehen und ich würde vorschlagen hier hinten geht es auch schon zum ersten Ort und los geht's. Wir sind jetzt hier auf der Wiese. Wir gehen jetzt mal in diese Location rein. Die sieht echt interessant aus. Wir müssen uns hier durchs Gestripp durchschlängeln und da ist das gute Stück und da gehen wir jetzt einfach mal rein und gucken uns das ganze Ding mal an. Wir stehen jetzt hier an der Tür. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie ein offenes Fenster oder so finden oder eine andere Tür, weil die ist zu und da brechen wir lieber nichts auf. So Freunde, das Fenster müssen wir zumachen, damit wir nicht entdeckt werden. Wir konnten hier einfach durch die Scheibe durchfassen und das Fenster öffnen. Hier in der Ecke ist noch ein Stromzähler mit Sicherung drin. Ein alter Besen steht hier noch mit richtig viel Laub und natürlich Glas liegt hier auf dem Boden und hier ist wirklich noch eine komplette Küche. Können wir mal gucken, ob hier noch was in den Schränken drin ist, aber das sieht nicht so aus. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist irgendwie so eine Büchse mit Sirfjetten. Ein Geschirrtuch liegt hier noch und sogar die Ölflaschen stehen hier noch. Ich weiß nicht aus welchem Jahr. Hier sind sogar noch alte Töpfe, ist aber nichts mehr drin. Und in den Schränken wird, hier wird halt nirgendwo mehr was drin sein. Hier steht noch der gute alte Bautzner Senf von, vielleicht finden wir einen Datum. Also wenn das das Datum ist hier, dann ist es von 2016. Da ist halt nur noch Wasser drin. Das müsste man einmal durchschütteln und dann kann man den bestimmt noch mal benutzen. Oh, hier in dem Schränken steht noch einiges drin. Hier stehen noch die ganzen Tassen drin. Und Teller und Gläser stehen hier auch noch. Das ist ja immer wieder schön, dass hier noch einiges da ist. Hier steht noch irgendein Karton. Wir müssen aber jetzt nicht alles aufreißen. Hier in der Ecke steht noch eine Rolle Klopapier. Und wirklich überall sind Spinnnetz. Ich bin jetzt glaube ich schon zum 20. Mal da reingelaufen. Und hier in der Ecke stehen noch irgendwelche Keramik-Sachen. Irgendwelche Kassetten sind hier noch. Aber wahrscheinlich früher mal mit Musik oder mit Filmen drauf. Hier ist noch ein alter Koffer. Und guckt euch diese Spinnnetze an, wie viele Fliegen dort drin hängen. Hier ist noch ein alter Schrank. Und ich glaube, das ist eine Bibel, oder? Sieht jedenfalls. Ja, das ist irgendwie so ein Liederbuch. Ich weiß nicht, ob es eine Bibel ist oder so. Jedenfalls kann ich die Lob, Gott. Hier steht noch Mia, aber also wirklich die anderen zwei Wörter kann ich nicht lesen. Es sind auf jeden Fall richtig viele alte Lieder drin. Krass. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Also zumindest noch nicht in der Hand gehalten. Jetzt gehen wir mal in den Raum. Da müssen wir nur aufpassen. Da sind nämlich zwei Fenster, die direkt zur Straße zeigen. Da müssen wir echt aufpassen. Hier ist noch irgendein Styropor-Teil. Die Lichtschalter, die sind auch echt alt. Aber das Licht funktioniert leider nicht mehr. Obwohl die Sicherungen noch dran sind. Gut, vielleicht wird der Strom einfach abgestellt sein. Hier ist noch ein großer Weltatlas. Ist aber auch nichts weiter drin, außer logischerweise Landkarten und Weltkarten. Aber ich glaube, so ein Ding kennt jeder. Und hier stehen noch irgendwelche Fläschchen. Ich weiß nicht, was das war. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Na ja, wir gucken einfach mal in den nächsten Raum, in den hier. Wahrscheinlich war das ja mal so ein Versammlungsraum oder so. Man weiß es nicht. Hier steht auf jeden Fall noch ein Karton mit ziemlich viel Gerümpel drin. Und die Fenster sind dort offen zugänglich. Ach, hier stehen halt übelst viele Kartons. Da hinten steht noch so ein Rieseneimer mit Senf. Oder war auch wahrscheinlich mal Senf drin. Die alten Stühle muss ich ganz ehrlich sagen, farbstylmäßig. Sehen die echt geil aus. So, hier ist auch noch so ein großer Koffer. Können wir mal reingucken. Aber der ist leer. Und hier, ey. Boah, ich habe mich gerade so erschrocken. Das ist doch so eine Salatsoße. Krass. Ein Bier steht hier noch zu. Ansonsten liegt hier nur Zeitung. Hier ist noch eine CD. Wahrscheinlich so eine Musik-CD. Ansonsten entstehen hier richtig viele Kartons. Und hier liegt noch eine Liste. Bockwurst im Brötchen 1,50 Euro. Damals war es halt echt billig. Und heute zahlt sie dafür 3, 4 Euro. Und hier ist auch noch eine ganze Menge an alten Gerümpel. So ein Fliegenfinger ist hier noch. Viele Flaschenöffner sind hier noch. Hier liegen auf jeden Fall noch alte Schlüssel. Und ein alter Feinliner liegt hier noch. Ansonsten ist hier nicht viel. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen zur A-Tour nach draußen. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall noch so eine Art kleinen Schuppen. Hier stehen richtig viele Lackeimer rum. Also das hier ist einer. Und ansonsten sind ja viele Kartons. Hier liegen noch Kabel rum. Und auch hier sind wieder richtig viele Bautzener Senfflaschen. Krass. Ketchup ist hier auch sogar noch. Der sieht nur nicht mehr so ganz so gut aus. Ja, ansonsten ist hier nur Werkzeug. Also Schrauben. Den Hammerkopf, den haben wir drin auch schon gesehen. Und hier steht noch eine Packung Sunier. Das war glaube ich Waschmittel, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten sind hier nur richtig viele Kartons mit Tüten ohne Ende. Und Grillkohle ohne Ende. Ja, und hier ist noch ein altes Fenster. Hier ist noch ein Kühlschrank, der umgekippt wurde. Der liegt ja einfach so draußen. Da ist schon richtig viel Regenwasser drin. Und da hinten sind, glaube ich, wenn ich das richtig lese, Toiletten. Da gehen wir einfach mal hin. Wir müssen hier halt nur aufpassen. Hier sind nämlich direkt Parkplätze daneben. Aber ja, das sind Toiletten wahrscheinlich. Ja gut. Wer hätte es gedacht, hier sind wirklich Toiletten. Nee, ist schön. Da stehen nämlich die ganzen Autos. Das Gelände ist halt riesig. Das hier war mal, ich glaube, eine Hundeschule. Jedenfalls haben wir vorhin jemanden gesehen, der gesagt hat, das hatte irgendwas mit Hunden zu tun. Freunde, ich laufe hier gerade so lang. Ist das ein Pilz? Sieht aus wie ein riesiger Pilz an einem Baum. Naja. Da ist auf jeden Fall die Straße. Und da ist so ein Mülleimer. Da gehört normalerweise, glaube ich, sogar noch so ein Plastikbehälter rein. Naja. Gucken wir einfach mal hier lang. Von da stehen noch die Hundezwinger. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die müssen die halt ultra leise machen. Durch die Stöckern, durch das Laub ist es halt nicht möglich, hier leise zu klettern. Beziehungsweise hier durchzugehen, ohne Mucks zu machen. Leute, wenn man mal daran denkt, ne. In so einer kleinen Box haben früher mal Hunde gelebt. Das ist, das kannst du keinem erzählen. Das zieht sich wirklich bis dahinter. Hier sind so viele Boxen einfach aus Paletten zusammengeschraubt. Und ein bisschen anderes Holzzeug da. Und in so einer kleinen, die wird vielleicht 1,20 Meter mal 1,20 Meter sein. So sieht es jedenfalls. Und da hat ein Hund gelebt. Stell dir mal vor, da hat ein Riesenhund gelebt. Der konnte sich vielleicht hinlegen, aber nicht wirklich drehen so. Das ist halt irgendwie traurig, aber zum Glück ist das Ding verlassen, ne. Arthur und ich, wir machen uns jetzt hier aus dem Staub. Und dann gehen wir zur nächsten Location. Leute, wir sind wieder draußen. Aber eine Sache, bin ich ganz ehrlich, passt für mich irgendwie nicht zusammen. Wir haben ja drinnen das Schild mit dem Bockwurst hingefunden, beziehungsweise mit der Bratwurst und dem Brötchen. Also einerseits das Verkaufen der Essens waren, aber auch das mit den Hunden. Also ich weiß es nicht. Das passt für mich irgendwie nicht so ganz zusammen. Schreibt eure Meinung mal zu dieser Location in die Kommentare. Und wir gehen zur nächsten. So Freunde, ich bin an der nächsten Location. Es ist ein Wohnhaus. So wie es aussieht. Ich habe mich von hier hinten, sieht man das, habe ich mich reingeschlichen hier hinten durchs Gipsstripp. Mittlerweile habe ich auch Handschuhe an. Das Fahrrad habe ich hier links neben mir abgestellt. Und es sieht etwas spektakulär aus. Dort oben gucken schon die ersten Gardinen aus dem Fenster raus. Hier ist eine Rolle unten. Und das Haus ist wirklich zugewachsen bis zum Gehtnichtmehr. Und ich würde vorschlagen, dorthin müssen wir glaube ich rein, jedenfalls war dort ein kleines Schlupfloch. Und da gehen wir einfach mal hin. Freunde, von hier kann man schon ein bisschen was von dem Haus sehen. Es sieht ehrlich gesagt ein bisschen leer aus. Wir gucken uns erstmal hier hinten um. Hier gibt es nämlich noch einen Schuppen. So wie es aussieht. Oh ja, hier ist noch ein Schuppen. Aber der scheint auch komplett leer zu sein. Das Ding ist, Leute, ich habe heute keine Taschenlampe dabei. Weshalb es mit der Beleuchtung etwas komisch sein könnte. Wir fliegen überall Mücken rum. Hier ist irgendein Tor. So sieht es zumindest aus, aus Holz. Wir fliegen überall Fließen rum. Aber hier ist nicht viel drin. Und deswegen gucken wir uns mal hier im Innenhof ein bisschen um. Mal gucken, vielleicht finden wir noch ein bisschen was. So Leute, sieht das Haus von außen aus. Da ist vermutlich der alte Hauptengang mal gewesen. Hier ist noch ein anderer Schuppen. Ich hoffe ihr seht es jetzt da so ein bisschen. Hier ist noch ein Badezimmer. Das ist noch eine Wanne. Ja, hier war wahrscheinlich mal ein Waschbecken und da eine Toilette. Da sind noch zwei Schränke. Einer ist umgekippt, der andere steht noch. Ja, ansonsten ist hier nicht mehr viel drin. Ihr könnt ja mal hier so ein bisschen reingucken. Aber hier ist halt wirklich gar nichts mehr drin. Leute, da ich jetzt kein Licht dabei habe und das Haus hier offensichtlich ein bisschen leer ist, gucken wir hier einfach nur durch. Und wahrscheinlich geht es dann zur nächsten Location. Ja, das ist jetzt so ein bisschen noch nebenbei mit dem Handy gefilmt. Ja, aber hier ist auch nicht mehr viel drin, außer noch ein Kühlschrank. Also ein alter Tisch wahrscheinlich. Hier wurde anscheinend mal Feuer gemacht. Ansonsten sieht es halt ziemlich abgeranzt aus. Und hier liegt verdammt viel Bauschutt, wahrscheinlich von den ganzen Decken und so. Hier ist noch ein Kachelofen. Ansonsten ist hier auch nicht mehr viel drin. Oha, krass. Oh, wie abgerockt das hier aussieht. Alter, ich weiß, dass in dieses Haus mal früher, ich glaube, von außen, zeige ich euch das nachher nochmal, ist mal ein LKW reingefahren. Ich weiß nicht, ob es ein ganz großer war oder so ein etwas kleinerer. Auf jeden Fall ist hier mal ein LKW reingefahren in dieses Haus. Da steht noch eine kleine Lampe. Hier geht es in die nächste Etage. Da gucken wir gleich mal, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wegen dem Zimmer dort. Aber wir gucken einfach mal. Hier ist noch ein Zimmer. Hier sieht es halt überall richtig abgeranzt aus. Ihr seid jetzt auf meiner Augenhöhe. Guckt euch das mal an. Das hier filme ich gerade mit dem Handy. Und ihr seid auf meiner Augenhöhe nicht. Also daran merkt man wieder, dass die Menschen früher definitiv kleiner waren. Hier steht auf jeden Fall noch ein richtig alter Schrank drin, der auch schon richtig auf Kippe steht. Also ich glaube, in den nächsten Wochen oder Monaten, vielleicht sogar Jahren, wird der irgendwann nach vorne kippen. Hier ist aber auch nicht mehr viel drin. Hier sieht ihr die andere Seite vom Zimmer. Da oben auf dem Schrank steht noch so ein Glas, was man vor so eine Lampe geschraubt hat. Vielleicht war es, glaube ich, sogar für die Lampe dort oben. Ich weiß es nicht. Leute, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch der Dachboden. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hin und gucken, dass wir hier ja nicht irgendwie abschmieren oder so. So Leute, ich habe wieder umgeswitcht. Hier ist noch so eine kleine Kammer. Hier hat es definitiv mal drinnen gebrannt. Das sieht man jetzt nicht richtig. Hier steht irgendein Teil. Ich kann es nicht entziffern, was es ist. Auf jeden Fall. Es ist ein bisschen aus Holz. Hier ist so eine komische Anlage. Ich dachte gerade, es wäre eine Rolle. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht wisst ihr das ja. Da draußen ist auf jeden Fall schon die Straße. Deshalb müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Hier ist, glaube ich, so ein Kaminschacht. So heißt es. Da oben ist auf jeden Fall noch ein Dachboden. Ich kann das ja mal hochhalten. Aber ich glaube, ihr habt dort oben auch nicht viel mehr gesehen als ich. Hier ist auf jeden Fall der nächste Raum. Hier ist überall Tapete. Und noch, oha, hier gehe ich nicht weiter. Der Boden hat gerade ein bisschen geknackt. Dahinten liegt noch eine Flasche. Und Tapete liegt hier überall. Aber ich merke, dass der Boden schon leicht nach vorne geht. Deswegen gehen wir hier nicht lang. Sondern gucken vielleicht mal noch in die letzten zwei Räume. Und dann war es das ja leider schon. Oh ja, der Boden ist hier auf jeden Fall weich. Hier ist so eine geheimen Kammer. Oder war zumindest früher mal eine geheime Kammer. Und hier ist nur ein Teppich drin. Was anderes ist hier nicht mehr drin. Leute, ich habe euch, also um das mal kurz zu erklären. Ihr habt vor ein paar Tagen in meiner Instagram-Story. Oder als, ich glaube, es habe ich sogar auf Insta als Reel hochgeladen. Gesehen, dass ich hierzu, zu diesem Haus, kein extra Video mache. Sondern das einfach mit in das Video, was heute online gekommen ist. Was du gerade siehst, mit einbaue. Mir wurde gesagt, dass das hier ein komplett eingerichtetes Haus ist. Darum bin ich hierher gefahren. Ja gut, das war vielleicht mal eingerichtet. Aber jetzt ist hier nichts mehr drin. Wir gehen einfach wieder raus und fahren zur nächsten Location. Bis gleich. So Leute, ich bin an der nächsten Location angekommen. Allerdings gibt es hier ein kleines Problem. Denn die ist dicht. Hier gibt es wirklich nirgends wo ein Reinkommen. Ich habe schon an einem Gestrüpp versucht. Also da, wenn man hier rumläuft, ist es so ein Busch. Aber da geht es auch nicht rein. Ach Mensch, vielleicht kann man hier mal durchgucken. Aber es ist nur ein Briefkasten. Ja, nee, ist schön. Schade, ganz ehrlich. So Leute, leider waren dieses Wochenende nicht allzu viele, ausgenommen von drei Locations auf meiner Liste. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Bauernhof, den ihr gerade gesehen habt, es war ein verlassener Bauernhof, dass der komplett dicht gemacht wurde. Der war vor einer Zeit lang mal offen. Das weiß ich sogar noch. Ja, ist halt wie es ist. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein bisschen gefallen. Schreibt eure Meinung mal zu der ersten Location in die Kommentare. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.